ARD Text im Auftrag von Funk Probieren wir es nochmal mit Classic Gunnart T-Zona Schauen wir es nochmal an Schauen wir es nochmal an Da kommt noch die Reihe unten mal voll. Oder in der Mitte. Leider nicht. Lass uns in der Mitte. Der Weg mit dem NDR. Der Weg mit einem NDR. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ob es nochmal ein Feature gibt, oder doch ein paar Freispiele. Fast. Fast wäre es ein Feature gewesen. Tja, kann man nix machen. Achja. Fast. 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 Komm Mama freiespielen Ach so Ach schade, schade Hätte ja sein können, dass er mal reingeht Na gut, bis später Ich probiere mal das Wild Release Benz aus 10 Linien 40 Cent Oben seht ihr was passiert Und hoffen wir mal, dass wir es mal kriegen Das soll was sehen Übrigens, er hat durch die Pause alles raus geworfen Deshalb habe ich keine 50 Euro mehr drauf Okay Ein Riesbänder dann Oh schön Ach schade Nicht mehr 4 Euro Ja, also 2 Wild brauchen wir schon Für den Ries Benz Ja Hatten wir zumindest schon mal gesehen was passiert Gucken ob wir auch ein 4er werden 24 Euro mal hinkriegen Ja ein 5er 160 Euro Da sind glaube ich nicht dran Aber wir sind ja schon Können ja schon froh sein wenn wir auch 2 sehen Kaffee 10 10 9 10 10 Okay. Na komm, hau mal zwei Blöcke rein und mach dir einen Respin. Probieren wir es mal auf 60 Cent. Oh, jetzt komm. 6 Euro wären 3. No, nicht mal 3. Und jetzt. Ui. Und jetzt bitte noch weitere. Schade. Schön schade, dass der nach dem Respin nicht nochmal die 2 Joker zahlt. Also den Gewinn, der dahinter entstanden ist. Oder nach dem Spin entstanden ist. Ja. Na, aber nochmal 3 sehen. Das wären ja 8 Euro. Mal auf 1 Euro probieren. Ja. Das bräuchte noch mal aua jetzt. muss man kurz ein break machen weiter geht schauen wir mal auf einen euro einsatz was kriegen hier jetzt lassen sich keine joker mehr blicken hier jetzt kommen die joker wenn wir so dass sie nichts bringen keine respins mehr mal verdoppelt es kommt keine zwei nur einer und das war es wieder jetzt kommt nichts mehr leider lässt sich aber gar nicht naja gut bis später